Kapitel 13. Auf zu neuen Ufern. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Super Mystery Dungeon, Leute. Und ja, in der letzten Episode haben wir ja mit Flapterix geredet und der nimmt uns jetzt übers Meer mit Lapras Italo Continental mit. Und wir sehen einen neuen Kontinent? Ich bin richtig gehypt, vor allen Dingen, weil es jetzt mit der Story weitergeht. Lass doch heute wieder alles geben, Freunde! Jawohl! Ja, und Flapterix bleibt natürlich bei uns, weil mit dem müssen wir jetzt reisen. Gut, dann kann es ja losgehen. Auf zum Affen! Ja, überkehren wir das Meer mit Lapras Italo Continental! Das ist mein Ziel, Bro, das ist mein Ziel. Also Leute, ich muss gleich an der ersten Stelle erstmal ankündigen, weil es immer wieder vorkommt, dass Leute das sagen. Erfahrungspunkte. Die drei Mitglieder, die in den Dungeon mitgenommen werden, sind nicht die einzigen Mitglieder, die komplett Erfahrungspunkte bekommen. Ja, das ganze Team, auch Pokémon, die halt nicht dabei sind, die bekommen auch Erfahrungspunkte. Ja, das heißt, es ist egal, mit wem ich in den Dungeon gehe, weil wirklich jeder in der Gruppe, im Team bekommt Erfahrungspunkte. Und nicht nur die drei, die im Dungeon sind. Das wollte ich ein sehr schnelles Mal ankündigen. Mach dich los, ich wüten! Los dich! Oder ich muss wirklich mit giftigen Flammen! Alter! Ist ja richtig gefährlich und nicht gut drauf, Hundemond, ne? Da, aber weißt du, ich bin gut drauf, weil ich jetzt erstmal einen Lohn kriege von Kangama. Willkommen im Pokémon Café! Hör mal, da hat jemand Lohn für dich hinterlassen. Oh, Protein und Team-Belieber-Orb. Vor allem das Protein, darauf freue ich mich schon sehr, weil wir wissen spätestens seit den ganzen Bodybuildern etc. pp. Protein ist nur gut. Vor allem für die Muckis, ja. So, lass uns zum Hafen gehen. Alles klar, aber es gibt ja noch ein paar neue Personen, mit denen ich gerne reden möchte. Zum Beispiel, äh, Fergokel, das Feuer beim Körper brennt! Machst du jetzt einer noch mehr, Mann, oder was? Links rein, Komponation und Aufwertsacken, Schlag ins Schlag, so muss das sein! Ja, Nokchan. Tja, wenn Nokchan jetzt auch noch ein gutes Pokémon wäre, dann würde ich sagen, okay, aber Nokchan ist halt leider, ja, nicht ganz so toll, ne? Um es mal freundlich auszudrücken. So, wir müssen natürlich erstmal auch wieder ein bisschen was an organisatorischem Kram klären hier. Ja, ich weiß, ne, viele Leute, die sagen da immer, ja, organisatorischer Kram, Bullshit, was soll das, ne? Aber, Leute, ich kann euch versichern, es ist wirklich wichtig, dass man hier auch mal ein bisschen Item-Management, nenne ich das immer, in der Pokémon-Fachsprache betreibt. Weil mit Item-Management, oder mit gutem Item-Management ist das Spiel deutlich einfacher, vor allen Dingen, wenn ihr einfach so ein bisschen plant, ne? Ich meine, viele, viele Leute, die gehen einfach raus, dass das Mystery Dungeon so hautrauf-mäßig ist. Aber Mystery Dungeon ist alles, aber kein Hau drauf geben. Da musst du wirklich auch mal ein bisschen mit Verstand hin und wieder mal an die Sache gehen, ne? Und das werde ich natürlich jetzt versuchen, dieser, in diesem Let's Play zu erreichen. Und ich glaube, bis jetzt liebt es auch super gut. Ich meine, ich bin ein einziges Mal K.O. gegangen. Und das war, äh, bei den Quapo-Brüdern. Und das lag eigentlich auch nur daran, dass ich extrem überrascht war von den ganzen, keine Ahnung. Ich hab das Spiel unterschätzt. Aber da hab ich so gemerkt, ganz ehrlich, du musst in den Tryhard-Modus und das hab ich dann auch gemacht. So, Lapras in der Continental. Nimmst du das jetzt mit, ne, Lapras? Einen wunderschönen Tag, flappte Rix. Machst du einen Ausflug mit den Kindern? Dafür habt ihr genau das richtige Wetter ausgesucht. N-n-nein, leider machen wir keinen Ausflug. Heute ist ja ein ganz normaler Arbeitstag. Aber die Arbeit macht doch Spaß. Zumindest ich liebe diese Arbeit. Äh, na so was, die Kinder arbeiten auch? Ja, wir sind auch beim Forscherteam. Äh, tatsächlich. Und ich dachte immer, Kinder könnten keine Mitglieder beim Forscherteam werden. Äh, frag mich nicht wieso, aber der Teamleiter hat bei den beiden eine Ausnahme gemacht. Verstehe. Dann ist ja alles in Ordnung. Alles klar. Wenn ihr fürs Forscherteam arbeitet, ist das natürlich was anderes. Ihr braucht dann eigentlich keinen Erwachsenen an eurer Seite. Steigt einfach auf und ich bringe euch jederzeit gerne an euren Zielort. Wirklich? Danke, Lapras! Ich komme auch mit. Ist heute schließlich euer erstes Mal. Aber zunächst brauchen wir ein paar Pässe. Pässe? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Pässe? Um das Meer zu überqueren, benötigt man einen Pass. Sobald man einen Pass gekauft hat, kann man ihn unbegrenzt oft benutzen. Lapras-Pässe bekommt man in Kekleons Laden hier in der Stadt. Äh, aber die kosten doch bestimmt Geld, oder? Also, falls Geld ein Problem ist, warum lasst ihr euch die Pässe nicht einfach von eurem Erwachsenen Aufpasser kaufen? Ja, Flabdricks, wie sieht es aus? Hast du Cash? Äh, was? Ich soll zahlen? Oh, meinetwegen. Ja, das arme Flabdricks. In diesem Sinne, verkauf uns deine billigsten Pässe. Wohin es geht, spielt keine Rolle. Haha, ist mir ein Vergnügen. Flabdricks hat sein letztes Geld für Lapras-Pässe ausgegeben. Danke, Flabdricks! Auch ich habe zu danken, Flabdricks. Spendable Kunden sind stets gern gesehen. Oh, mein Weihnachtsgeld. Der arme. Ich muss jetzt auch noch hier Geld ausgeben. Obwohl wir 8000 Gold haben, aber naja. Das ist ein anderes Thema. Wie ist es, ihr habt euch Pässe besorgt? Dann kommt mal an Bord. Hurra, wir erkennt endlich das Meer. Ich frage mich ja echt, wo es jetzt lang geht. Ich meine übers Meer, schön und gut, ne? Aber wo kommen wir denn dann am Ende raus? Ey, Latias und Latios. Ich schaffe es nicht, Latios. Ich kann nicht. Halte durch, Latias. Sonst erwischt sie uns. Sie uns? Halte durch und flieg weiter. Wir müssen zum Zeitreise sehen. Sonst erwischt sie uns? Um was geht es? Ich bin verwirrt. Egal, speichern und spiel fortsetzen. Und wir haben mal wieder legendäre Pokémon gesehen. Latias und Latios. Ja, ich glaube, zumindest einer von den beiden, der war damals in den anderen Mystic Dungeon spielen. Der After Story auch von Relevanz. Bitte aufwachen alle miteinander. Wir legen gleich an. Äh, was? Ja, wir sind offenbar eingelegt. Oh, du warst ja Tränen in den Augen. So ganz verschlafen. Mir kommt das so vor, als hätten wir eine ganze Weile geschlafen. Oh, wo sind wir überhaupt? Hä, ist doch, wo sind wir überhaupt? Oh, wo sind wir? Das sind ja ganz, ganz viele andere Städte auch. Ich dachte, es gibt noch Trubelstadt und Ruhenau. Aber was ist das denn jetzt für eine Stadt? Oh, oh. Oh, Mensch, probt mir den Schädel. Mein Gehirn ist doch gar nicht wach. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Wollen wir hier mal einen Blick auf die Karte des Forstagsgeschichts werfen? W-w-w-was auf dem Windkontinent? Äh, echt jetzt? Wir sind wirklich auf dem Windkontinent? Und da sind wir auch... Da ist Trubelstadt? Okay. Hm, Trubelstadt liegt hier. Das bedeutet also... Ja, ihr könnt ein oder ein zusammenzählen. Dass wir ziemlich weit weg sind. Du hättest uns doch zu einer Insel in der Nähe von Trubelstadt bringen können, Labras. Stattdessen setzt du uns hier irgendwo am Ende der Welt ab. Äh, ist es jetzt auch meine Schuld, dass du den Kindern einen Windpass gegeben hast? Äh, oh, so ist das also. Die Pässe sind nach den jeweiligen Zielorten benannt. Tut mir leid, und das gleich bei eurer ersten Reise übers Meer. Ich habe einfach wahllos den erstbesten Pass bei Keglion gekauft. Macht dir keine Sorgen, ist doch alles halb so wild. Lass uns doch erstmal den Ort erkunden. Immerhin sind wir den ganzen weiten Weg gekommen. Äh, okay, aber nur kurz verstanden. Die Stadt hier heißt übrigens Param. Param. Auf Türkisch Param, mein Geld. Nicht schlecht. Hier gibt es einen Kaffee und mehrere Läden. Genau wie in Trubelstadt. Auch Dungeons kann man hier erkunden. Dann reicht es über diesen Zugang. Doch heute werden keine Dungeons aufgesucht. Wir schauen uns nur kurz um, und dann machen wir uns auf den Rückweg. Okay, vielleicht knüpfen wir jetzt auch noch so Verbindungen oder Connections oder so, ich weiß ja nicht. Und das ist ein Auftrag, wo jemand zuhören möchte. Natürlich. Ich mach zwar keine Dungeons, aber ich guck' trotzdem mal. Reger hat sich mit Angeregten, Sforo Ness unterhalten, Sforo Ness wird sehr glücklich. Bin ich jetzt auch, ah, warte, ich bin jetzt mit Sforo Ness verbunden. Wusstest du, dass ich vorher mal in der Roststadt gewohnt habe? Das Wasser so schmeckt köstlich und viele Pokémon sind bei mir eingekehrt. Danke, dass du mir zugehört hast. Und jetzt sind wir schon mit dem Sforo Ness verbunden? Ernsthaft? Stimmt, stimmt, das ist wie bei Victini. Aber ich glaube, das ist das erste Pokémon nach Victini, das sich so mit uns verbindet. Nicht schlecht. Und das wäre so mit uns mit Kangama, Clefky und Kegleon, was? Und das ist noch nicht alles. Es geht um mehr zu berechen. Sforo Ness hat nämlich die anderen von dir erzählt und die anderen sind wer? Matri-Fool! Ey, cool, Matri-Fool. Der wird zum Beispiel mein Namenswetter Matri-Fool im Twitch-Chat jetzt komplett ausrasten, wenn er das sehen würde. Bezweifle ich zwar, aber hey! Das heißt, wir haben jetzt auch Matri-Fool im Team. Immerhin! Okay, kommt jetzt noch irgendwas Interessantes hier? Hey, ein Pulpy Toad. Also ein Membrada. Willkommen auf dem Vict-Kontinent, das ist die Stadt Parham. Acker, mein Geld. Okay, was ist mit dir? Ich habe mich schon länger nicht mehr ausfällig mit jemandem unterhalten. Und dann unter... Okay, Gifo wird glücklich. Ja, immerhin. Wow, jetzt haben wir noch jemand fürs Team angeworben, und zwar ein Giflo. Nur indem wir mit dem geredet haben. Geil! Ich habe über das rechte Gespräch. Jetzt will ich mich aber rasch meine Pollen verstreuen. Kannst du gerne machen, liebes Giflo. Aber du gehörst jetzt auch fest zum Team, ne? Vielleicht bin ich auch noch mit einem Giflo verwunden. Kann ja auch nicht schaden. Ich meine, ich finde Giflo cool. Das ist ein Pokémon aus dem ersten Gender, und ich feiere Giflo. So, wohin genau? Und... Was ist das Pokémon unten links? Lasho King? Sieht da Lasho King aus. Ah, verwirrt. Das Welt ist wie zu klein gewesen. Okay. Aber wir sind immerhin jetzt mit einem Giflo verbunden. Und... Ich mag ja grüne Äpfel. Die sauren. Die sind super. Auch heute wird wieder ein angewäßes Lüftchen. Doch irgendwas kommt mir anders vor als sonst. So quasi als ob... Ach, ich weiß auch nicht. Du weißt was nicht, Bro. Ah, egal. Was gibt es denn hier im Kackneonladen zu kaufen? Gibt es hier auch jetzt andere Items oder so? Ah, es sind die gleichen Items. Okay. Was ist mit dir, Flommel? Freunde sind schon was Feines. Ich habe auch einen. Meinen besten Freund. Oh, so lies. Sie haben eine Ahnung. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Wie putzig. Natürlich nicht so putzig wie ich. Aber das verstehe ich dich ja von selbst. So. Ey, Welser. Ich habe es verloren. Ich war zu unachtsam. Das ist jetzt eine Mission. Drei Sterne auf dem Wasserkontinent. Oh, okay. Ist natürlich erst mal notiert, Welser, Bro. Kann doch nicht angehen, dass du jetzt hier irgendwas verloren hast. Ich weiß zwar nicht, woran du redest, aber hey. Schauen wir da auch nochmal in Kangamas Café rein. Hier gibt es eine Menge neuer Leute. Ich bin das großartigste Pokémon von allen. Warum weiß ich nicht immer, das ist nun mal so meine Güte. Ja, du bist ja auch später zu einem Glorious Emperor. In meinem Kopf ist Löwe. Und ey, Bisaflor. Die Blumen auf meinem Rücken stehen in voller Blüte. Ja, ergibt Sinn, ne? Lass uns anlaufen, der wo zusammenstoßen sind. Komm schon, das wird ein Riesenschwaß. Ja, ich will ja nicht wissen, was passiert, wenn zum Beispiel ein Steuerer jetzt irgendwie mal in der Bar auf ein Bier oder so anstoßt. Könnte gefährlich sein. Ich hab keine Angst vor den Gegnern in den Dungeons. Ich bin total furchtlos. Ne, ich bin furchtlos. Total. Ja, ich hab zwei Bros von dir, ne? Die sind hier aus Trubelstadt. Wenn du mal vorbeischauen willst, ne? Die würden sich freuen. Bei den heftigen Gegenwänden kann selbst ich nicht im Zickzack laufen. Aber irgendwie ist das auch ganz erfrischend. Hm, Zickzack. Na, Zickzack ist auch ein Opfer-Pokémon, aber es ist so ein cooles Opfer-Pokémon. Wissen Sie, was ich meine? Dann, ey, wieder Bisaflor? Ich gehe gerade erst los. Und Oh, Infernalen. Ich bin ein vorwegiger Kampfkünstler. Meine Schläge sind kräftig und präzise. Und das ein Item? Ein Apfel. Was ist mit denen jetzt? Uns bewundern wir hier jeden Tag der Wind um die Ohren. Ein Wind, äh, eine windige Stadt wie diese bietet Ö. Unsererseits ideale Lebensverhältnisse. Denn der Wind trägt unsere Sporen überall. Kapels weiß, wovon ich rede. Ist das Kapels? Ach, das ist Kapels. Dr. Windbild, verteilen sich meine Sporen überall hin. Ja, klingt ja eigentlich nicht so gesund, ne? Ich meine, wenn ich jetzt so eine Sporenallergie habe, ne? Dann habe ich ein Problem, glaube ich. Ey, Mungus, was geht ab? Was? Nicht zu fassen! Worum geht's denn? Ganz meine Meinung. Und Fritzeblitz sagt? Na, wird ja eine Angst und Bange. Redet ihr vom Banger oder was ist hier los? Ich darf noch nicht in die Dungeons, ne habt ihr gesagt? Äh, Regi, Bazzi! Ich glaube, das reicht fürs Erste. Wollen wir jetzt nicht mal so langsam die Heimreise antreten? W-w-w-was? Jetzt schon? Bist du denn noch gar nicht so lange hier? Ja, aber ich möchte heute nicht allzu spät im Hauptquartier ansetzen? Ah, ich habe es nicht mitgelockt, was da jetzt stand. Egal. Ist das dein Ernst? Das macht mir echt Angst. Hä, worum geht's? Furchtbar, oder? Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Pokémon zu Stein verwandeln? Einfach so! Äh, Pokémon zu... Stein verwandeln! So, ich habe gehört, hier gibt es klatsch und tratsch, was ist passiert. Entschuldigt bitte! Würdet ihr mir sagen, worüber ihr gerade gesprochen habt? Äh, du meinst, dass wir den versteinerten Pokémon? In letzter Zeit hoffen sich Berichte über Pokémon, die zu Stein verwandelt wurden. Äh, verwandelt wurden? Sie sind also nicht einfach zu Stein geworden, sondern... Irgendjemand hat sie zu Stein verwandelt? Ja, scheint so. Auch wenn wir keinen blassenden Schimmer haben, wer dahinter steckt und vor allem warum. Es machen Gerüchte die Runde, wonach der Flammendämon seine Finger im Spiel habe. D-d-der Flammendämon! Zugegeben, Dämon ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Er ist letztendlich bestimmt auch nur ein Pokémon wie wir, aber... Offenbar wurde er in der Nähe von versteinerten Pokémon gesichtet. Augenzeugen berichten zufolge, soll sein gesamter Körper in Flammen gehüllt sein. Einige vermuten daher, er verbrenne Pokémon und verwandelt sie so zu Stein. Vermutlich haben sie deswegen angefangen, ihn Flammendämon zu nennen. Es gibt aber noch weitere Gerüchte von Pokémon, die zu Stein verwandelt wurden. Bisher wurden ganz unterschiedliche Pokémon auch von dieser selten Verscheinerung. Und in letzter Zeit hat es den Anschein, dass wer auch immer hinter all dem steckt, in letzter Zeit, die legendäre und mysteriöse Pokémon, wie sie er hat. Irgendwer meinte, den Flammendämon beim okkulten Hain gesehen zu haben. Im Inneren des okkulten Hains befindet sich der sogenannte Zeitreise-See. Dort hält sich das mysteriöse Pokémon Celebi auf. Wir fragen uns jetzt, ob der Flammendämon gekommen ist, um Celebi zu versteinern. Darüber hatten wir uns gerade unterhalten. Aber der okkulte Hain ist unheimlich. Da erwacht sich auch niemand dort hinein. Und was ist das denn? Ah, schrecklos doch, was war das denn? Latias und Latias, was ist denn das, ne? Was ist denn mit dem passiert? Sind die abgestürzt? Da ist das noch immer wieder abgestürzt. Eine gewaltige Staubfolge, die kommt doch vom okkulten Hain. Aus dem okkulten Hain? Jetzt beruhigt euch doch erstmal. Ich bin Flabdricks, Mitglied des Forscherteams. Für Forscherteams? Etwa dem vom Wasserkontinent? Wir vom Forscherteam werden uns jetzt erstmal ein Bild von der Lage machen. Deshalb möchte ich euch bitten, fürs Erste hier zu warten und Ruhe zu bewahren. Wir werden jetzt... Ähm, wir... Tja, äh... Wir gehen natürlich auch. Vergesst es, das ist doch viel zu gefährlich für euch. Es war schließlich die Rede von einem Flammendämon im okkulten Hain. Ich kann euch grünen Schnäbel unmitglücklich solch einer Gefahr aussetzen. Ausgeschlossen. Ausnehme fürchte ich, dass ihr für mich im Ernstfall eher ein Kratz am Bein sein werdet. Ja, aber ganz allein wirst du doch früher oder später an deine Grenzen stoßen, nicht wahr? Machen dir keine Sorgen, wir werden dir schon nicht zur Last fallen. Bitte gib uns eine Chance, wir möchten unbedingt helfen. Oh, ihr seid vielleicht hartnäckig, da bleibt für echt keine andere Wahl. Noch was mit euch? Gut, Flabdricks, wir überlassen die Sache euch. Der okkulte Hain liegt in dieser Richtung. Vielen Dank, dass ihr euch der Sache annehmt. Das versteht sich doch von selbst. Auf geht's, der okkulte Hain erwartet uns. Sobald wir im Dungeon sind, wir träge die Spitze unseres Teams stellen. Ich gebe euch von hinten Deckung. Los, worauf warten wir denn noch? Lass uns den okkulten Hain unter die Lupe nehmen. Das klingt nach einem Plan und ich muss vorher natürlich erstmal wieder gewisse Dinge organisieren. Gucken wir mal kurz bei den Items. Ist alles ok? Reicht das? Ich glaube, das reicht vor allem. Ja, das sollte ausreichen. Ja, das sollte ausreichen. Vielleicht eine Sehnelbeere mehr? Was ja ein wichtiger Dungeon scheint wird. Ich glaube, die Gegner mit meinen Flammen auf die Stanz halten. Bist du der Flammendebon? Die haben ihn. Oh, Lucario. Egal in welcher Lage du dich auch befindest. Die Aura zeigt dir immer neue Wege auf. Klingt auf jeden Fall weise. Was ist das jetzt erstmal? Sehnelbeere wäre natürlich top. Ein Scanner. Na, ist auch ok. Kann ich einfach so verplempern, wenn ich will. So, wartet mal, wartet mal. Ich wollte aus dem okkulten Hain. Ja, beruhig dich. Beruhig dich. Erstmal... Muss ich eine Sehnelbeere mitnehmen, ja? Mit zwei Sehnelbeeren fühle ich mich relativ sicher. Eine ist so... Ah, you never know. So, auf zum okkulten Hain. Here we go. Okkulte Hain. Was für Musik hier wohl spielt. Oh, not bad. Slimer sehe ich hier gerade. Oder habe ich die gerade gelesen? Ich hoffe nur, der Dungeon, der wird okay. Nicht zu tough. Nicht zu easy. Einfach nur, okay. So. Giftschutz. Ich habe Slimer gesehen. Vielleicht setze ich den auf jeden Fall mal ein. Kombiexperte. Hat jetzt nichts mit dem Pokémon Kombi zu tun, ne? Ah. Ah, ist jetzt nicht so der Burner. Aber egal. Ich benutze trotzdem mal. So, Flügelschlag. Hau rein. Und... Oh, Level Up für Regi. Perfekt. Also für mich. Und eine neue Attacke. Oh. Und zwar... Mh, ne. Einmal Rauchwolke reicht auf jeden Fall. Wir haben ja schon Rauchwolke auf. Buzzy drauf. Und ich brauche nicht nochmal Rauchwolke drauf haben. Das ist... Nicht von Belang, ne? So, erstmal Aeroas. Punktenflug. Und Flügelschlag. Nice. Also, ich glaube, auf Eye of Drift ist auch hier in dem Game Palast mit Flügelschlag. Wahrscheinlich noch irgendwie Antikkraft oder so. Könnte ich mir ja mal eben fix angucken. Da hat mich das interessiert, was das Ding so für ein Moose hat. Wieder Krankenwagen-Action, ne? Äh, also ich glaube, die Krankenwagen-Action-Geek gehört zu meinen Let's Plays dazu wie Faustausauger. So, Ruckzugeek, Flügelschlag, Ruhrout, Doppelteam. Okay. Weiß ich zumindest Bescheid, was hier also alles rauskommen kann. Ich mache aber echt wenig Schaden mit. Ah, das ist jetzt Einschüchterer. Perfekt. Einschüchterer ist ziemlich okay. Das nehmen wir natürlich mit Kusshand auf. Und bevor ich es vergesse, wisst ihr, was ich noch mit Kusshand aufnehme? Dieses wundervolle Protein. 31 Attack. Äh, das passt. Das ist super so. Okay. Ah, Kinoso. Hier gibt es also auch wieder Pflanzen-Pokémon. Ist natürlich für mich als Wasser-Pokémon eigentlich nicht so schön, aber... Mit... Aeropteryx und Buzzy haben wir natürlich auch ein bisschen Hate gegenüber Pflanzen-Pokémon dabei. Und das kann ja nicht wirklich schaden. Äh, Slimer. Ich hasse... Ich... Okay, ich hasse ihn vielleicht nicht, aber ich bin nicht so ein großer Fan von Slimer. Vor allen Dingen in solchen Spielen, wo es uns vergiften kann. Und ihr wisst alle, wie ich zu Gift stehe. Gift ist nicht so der Typ, den ich am liebsten habe. So, und das... Also wenn das ein... Ja, Mini-Beleber-Samen ist... Wollte ich schon fast sagen. Das ist sogar Mini-Beleber-Samen. Nice. Und den können wir natürlich auch nicht genug haben. Tunnel-Zweig. Was macht denn ein Tunnel-Zweig? Scanner-Op. Ah, benutze ich jetzt einfach mal. Die Karte zeigt die Position aller Eintracht. Ah, okay, okay. Aber der... Der... Der Zustand geht natürlich beim nächsten Mal verloren. Das stand da noch. Welcher Sprung bringt er die Wand in den Blickrichtung zum Einsturz? Okay, wir können also Wände damit einreißen. Ja, mag auf den ersten Blick vielleicht nicht... Ah, nein, don't do it, don't do it. Okay. Mag auf den ersten Blick vielleicht nicht allzu krass klingen, aber das ist definitiv gar nicht mal so schlecht. Paralyse, perfekt. Funkenflug. Ist nicht so schön. Vor allem jetzt nicht, nachdem es sich geboostet hat. Ah, nice. Von Elixier. Sag ich nicht nein. Robzweig. Müssen wir die Orbs nur langsam als ich ja auch mal benutzen? So, wir locken den natürlich erstmal an. Ich hab ein Elixier parat. Das heißt, Funkenflug kann gerne mal ein paar Mal abused werden von Buzzy. Das Mock Mock. Oh, ich muss gestehen, ich hab da jetzt ein bisschen Angst. Aber ich hab einen Bock auf den Kombiangriff. Wir zerstören das Mock Mock jetzt. Ähm. Aquarewelle. Drachenwut. Und... Flügelschlag. Bäm! Ich will einen Kombiangriff ausführen. Ich hab da Lust drauf. Bisschen Abwechslung muss immer sein. Geht Wolke. Oh, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Wie ich aus mit Eiros. Funkenflug. 80 Erfahrungspunkte. Das ist eine Menge. So, jetzt will ich mich gerade mal überlegen. Ähm. Ah, ich muss die natürlich erstmal zu mir locken. Das ist natürlich deutlich praktischer, wenn ich die zu mir locke. Ruck, das gibt Funkenflug. Ach, Leute. Ich weiß echt nicht, was da ab und zu los ist, wenn ich aufnehme. Aber es ist immer irgendwie Action Jackson oder sowas in der Art los. Und das gefällt mir nicht. Das ist absolut zum Kotzen. Weil das ist unprofessionell. Und ich möchte eigentlich professionell werden. Vor allen Dingen mittlerweile. Mit meinem aktuellen Status. Und eine Warp-Falle. Oh, oh. Oh, oh. Äh, aber ich bin direkt bei der Treppe. Also das ist dann natürlich auch noch gar nicht mal so schlecht, wenn ich direkt bei der Treppe bin. Haha. Das ist aber ziemlich gut. So, die Erfahrungsmode von Hauptschluss kriege ich trotzdem. Und ja, wir gehen weiter. Das war aber eine coole Warp-Falle. Warp-Falle, sei Dank. So, und hier sind wir auch wieder direkt bei der Treppe. I like that. Ich habe aber nur keine Ahnung, wie weit der Dungeon da wahrscheinlich geht. Ich hoffe halt nicht so krass. Weit. So ein Einschüchterer. Ich muss vorher bei Flapp-Drechts aufpassen. Sine Beria, klar, komm, warum nicht? Kann ja nicht schaden. So. Ich kann das nicht bringen, Mann. Duftnote? Ein Pokémon fahren nicht zustande, kann weder Attacken noch einem sein, zu dem keine Treppen benutzen. Okay, das ist echt, wow. Ah, Eiros. Na, ich bin tot. Verständlich, wenn ich die ganze Zeit in dieser verkackten Schuss-Sidee von diesem Scheiß-Ding stehe. Dass ich da jetzt mal einen Belebersamen verliere. Meine Fresse, Alter. Ah. Okay, 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 ist in Ordnung. Das ist das Belebersamen, was wir in dem Dungeon gefunden haben. Das passt schon. Ich hätte jetzt, hätte ich die Situation anders handhaben können? Bestimmt. So für uns jetzt nochmal eine Citro-Beere. Einfach, um meine maximalen HP zu erhöhen. Ich glaube, das ist ja auch dauerhaft. Das ist ja mit dauerhaft fünf mehr HP. Äh, äh, KP. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, ich hätte, was, hätte ich die Situation besser handeln können? Ja, easy. Irgendeinen der Zweige zum Beispiel zu benutzen. Das, das wäre eine Option. Gehen Zweige eigentlich über Ecken, Leute? Wenn die über Ecken gehen, hätte ich das da jetzt gerade echt verwenden können. Aber ansonsten... Ah, ich weiß nicht. Okay, Cash nennen wir natürlich gerne und danken an. Ich werde jetzt auch ein Elixier auf Basis benutzen, weil... Jo, Funkenflug halt runtergegangen ist. Funkenflug ist eigentlich ein ziemlich guter Move und den will ich auf Maximum haben. Vor allem, weil es hier so viele Pflanzen-Pokémon gibt, die... in die ich halt nicht so gut bin. Ähm, Schlecker, vielleicht zur Paralyse? Ja, dann halt nicht. Kein Problem. Die G-Bolke wurden nicht erfasst. Oh, Jesus Christ! Den Pokémon Armada hier, die uns entgegenkommt. Okay. Wir sind jetzt auf E6. E6. Ey, ey, cool. Was ist das? Und blau ist? Was bedeutet denn blau? Stärke nur Y. Nehme ich gerne. Oh, das ist uncool. Sollten wir, glaube ich, mit vereinten Kräften quasi trotzdem schaffen. Ja, super. Einschüchterer hat geklappt. So, lobe ich mir das. Ich meine, ich habe ja auch noch immer die Chance, dass Einschüchterer oder so klappt. Das gibt es ja auch noch. Okay. Wo ist die Dungeon-Tür? Das ist jetzt wieder... Das ist Standhaftigkeit. Krieg auch ich, wieder ich. Standhaftigkeit ist ziemlich gut, wie wir wissen. Zweig, Konfessionszweig. Ja, ich muss, glaube ich, öfter mit den... Oder mehr mit den Zweigen arbeiten. Die sind schon ziemlich gut. Hier wird es wahrscheinlich nichts geben. Einfach, das sagt mir so mein Instinkt. Siegelfalle. Wenn ein Pokémon auf diese Falle ertritt, kann es eine seiner Attacken nicht mehr einsetzen. Sobald ist die nächste Heile... Oder ein Heilsamen. Oh. Ackerhöhle fällt weg. Na, das ist nicht ganz so kritisch. Hätte um schlimmer zu treffen können. Ich glaube, Aeroas ist in diesem Dungeon auf jeden Fall wichtiger. So, und E7. Also, wir machen auf jeden Fall einen guten Fortschritt, muss ich gestehen. Und, hey, cool, das ist das denn. Goldbarren, nice. Goldbarren sind immer toll. So, ich will jetzt hier, wenn es geht. Ah, sie ist ein Paar haben. Und das ist Stärke plus X. Das ersetzt jetzt Giftschutz. Ich glaube, das war kein Fehler. Aber dafür haben wir jetzt einen erhöhten Genauigkeits-Bonus. Dank Stärke plus... Stärke plus X und Y. Come on. Das ist echt ärgerlich. Dieses Tangolos ist echt nervig. Einfach, weil es den Typen Vorteil gegen mich hat. So, ich bringe das hin. Okay, super. Flavterix hat sich wieder erholt. Flavterix ist super. Das ist... Mini-Belebersam. That's good. Das ist... Konfusionsschutz. Verwende ich natürlich auch mich, um meine Stats zu boosten. Weil mein Ringe ist voll und ich pimpel meinem Ringe, so wie der jetzt gerade ist, absolut zufrieden, um ehrlich zu sein. Beton liegt auf absolut. Und ein Level-Up. Wer war sie? Was ist jetzt schon auf Level 19? What? Und die Master. Oh Gott, nein. Keine Grimasse. Kein guter Move. Und das ist so ein bisschen das, was ich an Mystery Dungeon bemängeln kann. Die Pokémon lernen halt die Moves, die sie halt auch in den Spielen lernen. Auch auf dem selben Level, glaube ich. Und ja... Mystery Dungeon hat halt so seine eigenen Regeln. Und es gibt halt Moves in Mystery Dungeon, die sind gut. Es gibt Moves, die sind halt nicht so gut. Und so ist die Grimasse zum Beispiel... Ich hätte mir gewünscht, dass man für Mystery Dungeon vielleicht die Movesets, die Pokémon, oder die Moves, die Pokémon per Level erlernen können, angepasst hätte. Das wäre meiner Meinung nach deutlich cooler gewesen. Ja, weil so, keine Ahnung, Rauchwolke, Grimasse, weißer Teufel was. Ich meine, man ging ja in die richtige Richtung mit einem... Oder man hat ja einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Da hat er einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber... Indem man halt am Anfang direkt mal einen echt coolen Move hatte. Ich meine, wir hatten zum Beispiel Airoas, das erlernt ja, Proxy in der Regel nur mit einer TMA. Aber wir hatten hier von Anfang an. Und das ist halt auch ganz cool, weil mit Airoas haben wir einen ganz coolen Outregen Flug-Pokémon. Ich glaube, die Art... Ah... Das muss nichts klauen hier. Trainingssam ist. Wird der von deinem Pokémon steigen bis in der Attacken schneller auf? Joa, nehmen wir gerne. Ich passe nicht mehr in den Beutel rein. Äh... Da muss ich ja was tun. Ich esse den Apfel. Dann... Nehme ich das Ding. Wir dürfen nicht klauen, Leute. Ihr müsst wissen, wenn man bei Kekleon ist, ihr müsst immer zahlen. Initiativringe, Verteidigungsringe... Und eine Seenelbeere. Die esse ich jetzt. Um meine Apfel zu erhöhen. Und bezahlen tut man, wenn man mit Kekleon redet. So, der Einkauf kostet sich 50 Pokedollar. Hier, bitteschön. So! Und da können wir den Laden verlassen. Und dann heißt es immer wieder gerne. Einige nennen diesen Laden hier von Kekleons illegaler Schwarzmarkt. Weil das irgendwie so ähnlich ist. Er hat halt die Items aus dem Dungeon und macht mit denen halt dann Profit. Ja, könnte man echt schon so ütopetieren, ne, Kekleon? Du alter Schwarzmarkt-Dealer. Was weiß ich, das ist Zweigexperte. Ah, kann ich verwenden. Um meine Stats damit zu boosten, weil ich einfach so OP bin, Bro! Okay, ich lass das... Bitte keine krasse Pose machen, Bro. Ist auch nur ein Mistweg. Fahr den bitte klein. Schlecker. Lügelschlag und das ist reich von K.O. Und das ist ein Fokusringel? Uh! Uh! Neuer Ringel! Ja, den nehm ich natürlich. Äh, tauschen war mit... Der Pörseferi aus. Freievergiftung. Oh! So viele Pokémon. Ich glaub, ich brauch gleich eventuell wieder... Ein Elixier. Ja. Das ist jetzt... Insomnia-Ringel? Äh. Okay, dafür kommt das auf den Boden und das trink ich dann halt auch gleich mal aus. Okay. Klingt nach nem Plan. Äh, wie weit geht's denn hier in diesem Hain noch? Hain blöd. Huhuhuhuhu. Okay, gehen wir mal weiter die 9. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bis 15 geht. Weil die Dungeons, die werden ja mittlerweile jetzt auch immer länger. Okay, perfekt. Schauen wir mal. Stärke was Y zu laden. Kann der jetzt Schluck weg oder Schluck weg? Oder einfach nur Schluckdruck. Ja, das kann natürlich auch dort gestanden haben, ne? Äh. Da werden wir natürlich wieder auf uns drauf. Leider... Sieht's für uns gerade nur... In Anführungszeichen nur okay aus. Ich kann mir nämlich sorgen, ob ich hier... Ja, wo eigentlich... Wie kommt es ziemlich safe durch den Dungeons, aber... Ziemlich safe ist mir nicht gut genug. Und... Siehnelbeere... Das wird direkt gegessen, direkt gefoodet. Das wäre mit satte 80 HP. Das ist heftig. So, die Ebene 10. Was? Wir sind schon da? Wir sind ganz schön weit gekommen. Hä? Was ist denn da drüben? Gute Frage, was sehen wir uns an? Okay, was passiert hier gerade? Das ist da! Oh, Latios... Was? Das ist doch... Das Pokémon, das wir vorhin am Himmel gesehen haben. Muss es hier notlanden. Flatteris, das ist doch ein Pokémon, oder? Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Es ist irgendwie so starr und steif. Und nein, dann stimmt es also. Wurdest du Stein verwandelt? Ja, es ist ganz und gar versteinert. Was ist das für ein Pokémon? Das ist Latios, ein legendäres Pokémon. Was? Ein legendäres Pokémon? Ja, ich sehe es auch zum ersten Mal. Aber wir haben ihn... Wir haben nicht zwei Pokémon... Aber wir haben ihn nicht zwei Pokémon im Himmel fliegen sehen? Wie geht das andere suchen? Ja, seid bitte so gut. Geht es jetzt noch tiefer in den Wald rein, oder was? Latios wurde auch zu Stein verwandelt. Was hat alles zu bedeuten? Latios lebt auf einem anderen Kontinent. Ist das wohl vorhin irgendwie auf der Flucht? Wenn ja, dann ist die Flucht misslungen. Und er wurde versteigert. Aber von wem und wie? Ach, das Ganze ist mir langsam zu hoch. Wäre doch denn jetzt nur hier. Sie könnte über Funk die anderen fragen, aber... Schon unglaublich, dass ich ausgerechnet hier über ein versteinertes Pokémon stolpere. Denn die Teamleiter will zwar, dass ich mehr über die Ereignisse herausfinde, aber... Moment mal. Geht es eigentlich noch? Habe ich irgendwie tatsächlich nur zu zweit losgeschickt? Alle Gegner, die Latios zu Stein verwandelt, sind die beiden noch niemals gewachsen. Und da kommt Flapderex erst mal wieder vorbei. Regi, sieh nur! Ey, da ist Latios. Das hier wurde auch zu Stein verwandelt. Das Pokémon vorhin. Flapderex hat gesagt, sein Name ist Latios, oder? Dieses Pokémon hier sieht ihm auf jeden Fall sehr ähnlich. Auch die zwei Geschwister sind. Ja, und... Oh, ihr Narren. Was habt ihr hier zu suchen? W-Wer ist da? Oh, der Flammendämon. Oh-oh. Ente? Ist er gerade aus den Flammen gekommen? Nicht doch. Ist das etwa der Flammendämon? Ich habe euch gefragt, was ihr macht. Wir wollten nur nach dem Rechten sehen. Wir wollten nach dem Rechten sehen? Meint ihr damit die Versteinerung? Seid ihr etwa dafür verantwortlich? Oh-oh. W-Wer? Warum bist du so wütend? Ich bin Ente vom Feuerberg. Hüter der Flammen. Und ich werde euch das... Ich werde das Letzte sein, dass ihr jemanden zu Gesicht bekommt. W-Was? Seid bereit für euer Ende. Regi, wir hätten wohl unter Übel kämpfen müssen. Aufhören! Oh, Flapderex. Flapderex! Regi, Bazzi, zieht euch zurück. Gegen diesen Gegner seid ihr machtlos. Und wer bist du? Mein Name ist Flapderex und ich gehöre zum Forscherteam. Was? Das Forscherteam? Flapderex, der Flügellahme. Ich hab bereits von dir gehört. Da gehen die zwei hinter dir also auch zum... Ich verlasse diesen Ort. Wenn Salibi nicht hier ist, dann gibt es für meine Anwesenheit keinen Grund. W-w-warte, Entei! Und weg ist Entei. Krasse Animation, by the way. Heute seid ihr noch einmal mit dem Leben davon gekommen. Aber stellt ihr euch mir wieder entgegen, bin ich das nächste Mal nicht so gnädig. Aber geht mir besser... Also geht mir besser aus dem Weg. Das ist meine einzige Warnung. Äh... Er ist weg! Oh, Flapderex, was ist passiert? B-Bist du in Ordnung, Flapderex? Ja, keine Sorge. Ich musste das nur kurz sacken lassen. Im Wahrheit hatte ich echt Angst vor Entei. Aber das konnte ich natürlich nicht zeigen. Das hast du auch nicht, du warst total cool. Vielen Dank, dass du uns bestützt hast. No, Arme Slapderex. Und so fand unser erstes Abenteuer bei dem anderen Kontinent sein Ende. Zurück in der Stadt erzählten wir allen, was im okkulten Hain vorgefallen war. Und danach beförderte uns Lapras zurück zum Hauptquartier des Forscherteams. Dort kamen wir erst spätabends und vollkommen erschöpft an. Zu müde, um noch etwas zu sagen, gingen wir ohne Umschweife zu Bett. Augenblick, das war gelogen. Natürlich habt ihr vorher doch gegessen, was? Ja, wie ich es wusste. Wie ich es wusste. Natürlich war da noch was. Ja, das Essen, wie konnte ich das nur vergessen? Nach unserem Abenteuer waren wir hungrig. Sehr hungrig sogar. Also aßen wir züchtig. Und danach gingen wir ohne Umschweife zu Bett. Die Geschehnisse gaben uns viele Rätsel auf. Wer verwandelte die Pokémon zu Stein und warum? Und was wollte Entei dort? Fragen über Fragen, aber keine Kraft mehr, um darüber nachzudenken. Oh, aber eine Sache möchte ich vorm Schlafen gehen doch noch loswerden. Flapterix war heute wirklich richtig cool. Wir konnten uns voll auf ihn verlassen. Die Pokémon vom Forscherteam sind wirklich ein lustiger Haufen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht stark sind. Das wurde mir heute erst so richtig bewusst. Ich bin auf jeden Fall unheimlich stolz, ein Mitglied des Forscherteams zu sein. Und ich freue mich schon auf morgen. Doch für heute heißt es erstmal gute Nacht. Und das ist, glaube ich, das Tagebuch von Glomanda, wenn ich mich nicht irre. Ja, das sieht mir ganz anders im Tagebuch von Glomanda aus. Genau so hat sich alles abgespielt. Ich wünsche, ich hätte mehr tun können. Das mag jetzt nicht sicher alles sehr souverän anhören. Doch in Wahrheit war ich wahnsinnig erleichtert, als er abgezogen ist. Der Druck, ihm gegenüber zu stehen, war beinahe überwältigend. Das ist absolut keine Schande, Flappderex. Du hast deine Sache wirklich sehr gut gemacht. Wir reden ja schließlich nicht von irgendeinem Pokémon. Jeder von uns würde von Angesicht zu Angesicht mit Entei vor Furcht erstarren. Ehrlich, würde ich ihm plötzlich begegnen? Nein, ich mag gar nicht dran denken. Wirklich allein der Gedanke daran ist. Ja? Teamleiter, Teamleiter! Was ist los mit dir einfach aus? Äh, ich, ich. Ja, ich habe ja solche Hunger. Äh. Da geht er da hin? Da wollte ich doch unbedingt unser weiteres Vorgehen mit ihm besprechen. Naja, aber so ist er nun mal. Am besten lässt er ihn einfach entscheiden, was er als nächstes zu tun gedenkt. Und wir kümmern uns einfach wie immer ums Tagesgeschäft. Na, ist das ein Plan? Das ist sogar ein sehr guter Plan. In Ordnung. Fein, fein, dann wird durch die also wieder meiner Sternenbeobachtung. Und. Das ist nicht Amphoros, oder? Ist das Amphoros? Puh, das sagt gut. Keine Ahnung warum, aber ich würde immer, werde immer hungrig, wenn ich nervös bin. Entweder also. Hm, hm. Verstehe, verstehe. Wirklich vertrackt. Es wird Zeit für meinen kleinen, aber feinen, lichtlichen Imbiss. Hehehe. Hehehe, ist da jemand? Tatsächlich stellen müssen, dann. Tja, Flauschding. Jetzt weißt du immer, wie es den anderen geht, ne? Mann, 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 Mann. Aber Leute, Video Mord sei. Das war's für die heutige Episode von Pokémon Mystery Dungeon. Heute wieder ein bisschen länger, weil, sorry und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Das würde mich freuen und supporten. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode wieder. Und bis dahin. Noch dreimal zu gut. Leitens und Bruchdecke. Und ciao. Euer Regi. Das war's für heute.